Entdecke, wie zu dieser Zeit rund um die Sommersonnenwende das lichtvollste ätherische Öl dich optimal unterstützen kann. Warum ist das so und welches ätherische Öl ist das? Hier kommt es, das lichtvollste Öl der duftenden Pflanzenwelt, die Bergamotte. Kennst du das Gefühl, Stress in der Kommunikation zu haben? Du selber hast für dich einen roten Faden. Du weißt, wie es geht und trotzdem gibt es Situationen, wo du anderen Dinge nicht aussprechen kannst, wo du nicht weißt, wie du es sagen sollst oder wo du dich blockiert fühlst. Kennst du solche Situationen im privaten, im beruflichen Bereich? Du bist nicht alleine. Ich habe viele Menschen kennenlernen dürfen, die hier und da genau in diesem Bereich eine Stärkung für sich erfahren möchten, mehr Wohlbefinden, innere Ausgeglichenheit, einfach mehr Kraft, emotionale Ausgeglichenheit und die mentale Stärke mit Leichtigkeit in die Kommunikation zu gehen. Also vom Ich ins Du, vom Ich ins Wir. Und genau das ist die Aussagekraft auch der Sommersonnenwende. Wenn du den Jahreszyklus betrachtest, dann weißt du, dass jetzt im Frühling sich die Dinge aufbauen und im Sommer wird es gemütlich, ein Miteinander-Urlaubsfeeling, richtig? Das ist der Zeitpunkt der Sommersonnenwende, wo das von dem einen Bereich in den anderen geht. Diesen besonderen Aspekt möchte ich dir jetzt noch näher bringen und bleib dran, denn ganz zum Schluss habe ich einen ganz speziellen Bonus für dich. Eigentlich nicht nur eine, es sind zwei. Ich freue mich, dich bei dieser Duftgenussfolge begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Barbara Tausch. Die Bergermotte, was hat die so Besonderes, dass sie uns genau in dem Bereich unterstützen kann, das lichtvollste ätherische Öl? Es steht im Duftreis ganz oben am lichtvollsten Punkt. Und genau dieser Punkt ist auch die Sommersonnenwende. Was heißt das, der lichtvollste Punkt? Stell dir mal vor, wenn so alles abfällt und es einfach wirklich Licht ist, wie zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende, wo wir den längsten Tag haben und die kürzeste Nacht, richtig? Alles baut sich dahin auf. Immer mehr Licht kommt in den Bereich. Und wenn du das auf dich übertragen magst, dann hast du einfach immer mehr Licht, weil du eines nach dem anderen für dich persönlich erlernst. Also, es geht um mich, es geht um dich im einzelnen Bereich. Und das symbolisiert uns der Frühling, wo alles raussprießt. Und jetzt gibt es diesen Switchpunkt, genau zur Sommersonnenwende. Zu dem Zeitpunkt, wo der hellste, lichtvollste Tag ist. Und dann die Nächte wieder etwas länger werden und das wieder, ja, die Tage kürzer macht. Dieser Bereich, dieser eine Punkt für diesen Schlüssel, sagen wir in der Psychosomatik und in der Mythologie, da klopft jemand an die Tür und holt dich ab. Du bist fertig. Du gehörst hinaus in die Welt. Und genau diesen Zeitpunkt können wir natürlich auch im Jahresrhythmus optimal unterstützen. Also nutze die kommende Sommersonnenwende für dich. Schenke dir irgendwann Zeit und Raum mit diesem tollen ätherischen Öl und beleuchte. Was möchtest du noch mehr ins Licht bringen im kommenden Jahr? Wo möchtest du in der Kommunikation mit anderen noch mehr Kraft, noch mehr Stärke bringen? Warum ist jetzt das ätherische Öl der Bergamotte genau das richtige ätherische Öl? Hat das auch einen inhaltsstofflichen Zusammenhang? Ja, auch das hat es. Die Bergamotte ist ein Zitrusöl. Und normalerweise haben die Zitrusöl einen ganz großen Bereich, die Limonäne. Doch die Bergamotte hat zwei sozusagen Leitzubstanzen. Die Limonäne, jedoch auch die Leitzubstanz vom Lavendel. Diesen wunderbaren, duftenden, anderen Aspekt. Das macht die Bergamotte unter den Zitrusölen auch so. Besonders auch in der Duftnote. Du kennst sie sicherlich. Vielleicht, wenn du sie noch nie gerochen hast. Es gibt Parfums, Körpersprays, wo sehr gerne als Kopfnote, die Bergamotte genutzt wird. Die Bergamotte also zwei gleiche Leitzubstanzen, die sozusagen uns die Tür öffnen, um hinaus in das Wir-Gefühl zu gehen, vom Ich ins Du, in dieses Miteinander. Sie ist jener Duft, das uns dabei unterstützt, mehr in die emotionale Balance zu kommen, um in der Kommunikation aktiv zu werden. Wie kannst du das in der Praxis für dich umsetzen? Das ist ganz einfach. Du nutzt einen Ultraschallvernebeler und verduftest einfach das ätherische Öl Bergamotte. Oder wenn du es gerne dabei hast, weil du vielleicht solche Stressfaktoren für dich kennst in der Kommunikation, dann kannst du gerne, so wie ich, hier einen Duftstab, einen Riechstab nutzen, wo dann so Punkte drinnen sind und du kannst einfach riechen. Ich persönlich nutze das um diese Jahreszeit sehr gerne, um mich einfach hier zu stärken und auch mir die Zeit zu gönnen, wieder darüber nachzudenken, was möchte ich für mich persönlich noch mehr ins Licht zu bringen in die Lebensfreude. Übrigens, die Bergamotte ist auch ein ganz toller Stimmungsaufheller. Doch ist das schon alles gewesen? Nein, die Bergamotte, die hat auch noch ganz tolle andere Möglichkeiten. Ich habe dir gesagt, im Oben, im Duftkreis, an der höchsten Spitze, da ist die Bergamotte. Das Pendant zur Sommersonnenwende, das wäre richtig, die Wintersonnenwende. Und das ist der tiefste Punkt im Jahreskreislauf und somit auch im Duftkreis. Und wenn du die TZDM kennst oder die nachfolgenden Kurse von mir, dann weißt du jetzt schon, welches Öl gemeint ist. Richtig, es ist das Patchouli-Öl. Was hältst du davon, diese beiden ätherischen Öle zu kombinieren? In meinem Wirbelsäulen-Feedback-Kurs kennst du das natürlich auch. Es ist das Aufrichtungsöl. Wenn wir Patchouli mit Bergamotte kombinieren, schaffen wir es, aus dem Tiefen hinaus uns aufzurichten. Also auch unsere Wirbelsäule im psychosomatischen Bereich aufzurichten. Und genau das funktioniert gut in einer Rollermischung. Ja, ich habe hier diesen Roller für dich. Und wie kann ich da umgehen? Das wird nicht als pure Essenz genutzt. Bitte nicht. Verdünn es mit fetten Öl. In der Psychosomatik reicht immer eine 0,5%ige Lösung. Das heißt, ein paar Tropfen, ein, zwei Tropfen Patchouli und ein, zwei, drei Tropfen Bergamotte hinein und dann auffüllen in fetten Öl. Was machst du damit? Du kannst das super toll nutzen bei den Reflexzonen. Da gibt es diese Wirbelsäulenbereiche an den Händen, wie auch unten an den Füßen. Und da rollst du einfach dieses Öl hinauf. Ja, diese Ölmischung und bei den Füßen genauso. Ich empfehle dir das jetzt zu starten, wenn du möchtest, über diese Sommersonnenwende hinaus. Das Minimum ein Monat, am besten, richtig, drei. Einfach morgens und abends aufzurollen. Es gibt dann noch Techniken, das einzuarbeiten, aber alles gut. Einfach nur mal aufzurollen an diesen Zonen und einfach deinem Körper mehr Aufrichtung zu geben. Wenn du magst, freue ich mich, wenn du mir hier dann Kommentare reinschreibst, wie dieses besondere Aufrichtungsöl dir Unterstützung gibt. Gerne kannst du natürlich auch deine Erlebnisse in die Kommentare schreiben, wie das so ist, wenn du mit dem Riechstift zum Beispiel oder Bergamotte einfach als Spray nutzt. Bitte bedenke, das lichtvollste Öl ist auch das fotosensibelste. Das ätherische Öl Bergamotte hat eine sehr starke Fotosensibilität und deswegen ist bei Hautanwendung es mit Achtsamkeit zu nutzen. Mein Tipp hier für dich, für diese Sommersonnenwende, nutz dir wirklich einmal die Zeit, verdufte Bergamotte im Raum oder schenke dir so einen Riechstab und überlege dir, gönn dir eine Stunde. Was möchtest du mehr in die Lebensfreude bringen? Was möchtest du mehr für dich persönlich lichtvoller gestalten, um mehr Wohlbefinden und Lebensfreude in dein Leben zu bringen? Sei ein Magnet für diese liebevollen, wertschätzenden Aspekte in deinem Leben. Der Rhythmus des Jahres, den kannst du hier perfekt nutzen und somit natürlich auch dieses wunderbare Öl, die Bergamotte. Eingangs habe ich dir versprochen, ich habe einen Sonnenwendebonus für dich und den bekommst du jetzt. Der Sonnenwendebonus, der schenkt dir 10% Rabatt bis Ende Juni auf alle meine Kurse und das egal, ob du das auf einmal zahlst, per Raten zahlst. Wenn du das buchst bis zum 30. Juni mit diesem Code Sonnenwende, dann erhältst du diesen Rabatt. Und dann gibt es noch einen Bonus jetzt für dich. Wenn du dich entscheidest, meine TZTM-Methode jetzt zu erlernen, egal in welcher Form du das buchst. Und du buchst es in diesem Zeitraum, dann schenke ich dir ganz persönlich für dich dein persönliches Seelenöl dazu. Ich werde mich dann mit dir in Verbindung setzen, um herauszufinden, was genau dein persönliches Seelenöl ist. Dieses Seelenöl, ganz speziell für dich gerichtet, unterstützt dich, deinen Körper, Geist und Seele miteinander zu entwickeln. Nutze also jetzt die Chance, wenn du schon immer damit geliebäugelt hast, die TZTM zu erlernen und erhalte dein persönliches Seelenöl dazu. Mein Name ist Baurat Tausch und ich bin die Duftgenussgründerin mit den verschiedenen eigens entwickelten Techniken wie die TZTM, dem Duftmandala oder dem Wirbelsäulen-Feedback-System. Ich freue mich, wenn ich dich bald wieder in einer Duftgenussfolge begrüßen darf und wünsche dir von ganzem Herzen eine tolle, wundervolle Sommersonnenwende mit viel Licht in deinem Leben.